Das heutige Horoskop Jungfrau, 2. November 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Ein herrlich wundervoller Tag steht vor Ihnen. Die heutige kosmische Wellenlänge wird so sein, als würde man einer Symphonie aus den Sternen lauschen. Die wohlwollende Venus, der Planet der Gnade und des Vergnügens, kreist in Ihrem Solarhaus der Identität und verbindet sich in einem Treigen mit dem revolutionären Uranus in Ihrem Solarhaus der Expansion. Möglicherweise bietet sich Ihnen die Gelegenheit, mit Ihrer Liebe ganz plötzlich in neue Horizonte vorzustoßen. Wenn Sie nach Reisepaketen, Flügen und Hotelbuchungen suchen, könnte etwas Wunderbares auftauchen. Wenn Sie Single sind, wird Sie diese Schwingung dazu ermutigen, Risiken einzugehen und neue Leute kennenzulernen, die nicht Ihrem normalen Typ entsprechen. Würdigen Sie das Engagement, dass Sie auf Ihrem beruflichen Weg eingegangen sind. Sie wissen besser als jede andere, dass Sie sich auf einem einzigartigen Weg befinden, wenn Venus in Ihrem Zeichen im Treigen zu Uranus rückläufig im Stier steht. Das erdige Treigen deutet darauf hin, dass Sie sich möglicherweise auf einer unkonventionellen oder beruflichen Nischenreise befinden. Auch wenn es für andere ungewöhnlich sein mag, fühlen Sie sich mit dieser Reise möglicherweise recht wohl, weil sie genau das Richtige für Sie ist. Vertrauen Sie darauf, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, auch wenn dieser sich von den beruflichen Werdegängen Ihrer Kollegen unterscheidet. Auf halbem Weg zwischen dem Weggang der Sonne aus Ihrem Einkommensbereich letzte Woche und der Rückkehr der Venus, dem Planeten des Geldes, nächste Woche und mitten in der Arbeitswoche macht der Mond einen gut geteamten Besuch in Ihrem Karrierebereich. Der Mond kehrt vielleicht alle vier Wochen zurück und das wird Ihre beruflichen Instinkte immer schärfen und sicherstellen, dass Sie emotional und intuitiv engagiert sind, aber dies ist eine wertvolle Gelegenheit, sich beruflich zurechtzufinden, bevor Sie in die möglicherweise lukrativsten Wochen eines Jahres eintreten. Der heutige planetarische Aspekt wird Ihr Bewusstsein für Gesundheitsthemen schärfen. Auch Ihre persönliche Kraft wird enorm gefördert, da diese Energien auch dazu beitragen können, die herausfordernden Aspekte Ihrer Persönlichkeit kraftvoll zu stärken. Da weitere herausfordernde Transite vorhanden sind, könnte dies möglicherweise ein Drama bedeuten. Um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, halten Sie sich an Ihre Gesundheitsroutine insbesondere an Bewegung. Die Schwingungen des Tages werden Sie über Ihren sozialen Status nachdenken lassen. Bist du wirklich da, wo du mein Freund sein willst? Fühlen Sie sich heutzutage ausgebeutet? Vielleicht ist es Zeit zu rebellieren. Natürlich verhält man sich normalerweise nicht so. Sie sind für Ihre Kompromissfähigkeit bekannt. Aber es gibt nichts Besseres als einen guten Tritt in die Hose, um die Dinge in Ordnung zu bringen, und Sie können den Überraschungseffekt nutzen, um das zu bekommen, was Sie verdienen. Wenn der Mond heute in Ihren Berufsbereich zurückkehrt, sorgt er nicht nur dafür, dass Ihre beruflichen Instinkte mitten in der Arbeitswoche geschärft sind, sondern er wird auch noch da sein, wenn Sie in die letzten beiden Monate dieses Berufsjahres eintreten. Doch während der Mond einen abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops verlässt und den am Wochenende in den Schatten gestellten Vollmond abschließt, ist dies eine Glocke, die nicht geläutet werden kann, insbesondere wenn es um die verspielte, kreative und abenteuerliche Seite des Lebens geht. Da der Mond nur Ihren Karrierebereich durchquert, besteht die Möglichkeit, ein paar Tage lang konzentriert zu bleiben, ohne sich zu sehr darin zu verlieren. Nach einem freundlichen Aspekt zu Venus, dem Planeten der Liebe in der Jungfrau gestern, verbringt der Mond seine letzten Stunden in einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops, Bevor der Vollmond am Wochenende zum ersten Mal seit seinem letzten Mal in einem freundlichen Aspekt zu Pluto endet direkte Wende in ihren romantischen Bereich. Venus wird vor ihrem Abgang nächste Woche den gleichen Aspekt wie Pluto einnehmen und eine Mischung aus Romantik, Abenteuer und Nostalgie verstärken, die ihren Höhepunkt noch nicht erreicht hat. Täglicher Planetenüberblick Venus in der Jungfrau harmoniert wunderbar mit dem retrograden Uranus im Stier und schafft so einen harmonischen himmlischen Tanz, der ihr Leben auf verschiedene Weise beeinflusst. Diese kosmische Verbindung deutet darauf hin, dass ihre Beziehungen derzeit einen erheblichen Wandel durchmachen und offensichtlich ein erhebliches Maß an Anstrengung und Kontemplation erfordern. Sie haben viel Energie in ihre Kontakte gesteckt und stehen nun an einem Scheideweg und überlegen, welchen Weg sie auf ihrem Weg in die Zukunft einschlagen wollen. Dies ist eine Zeit, in der es von entscheidender Bedeutung ist, die eigene Freiheit anzunehmen. Es ist wichtig, dass sie sich den Raum geben, ihren Wünschen und Instinkten entsprechend zu handeln, ohne sich an eine andere Person gebunden zu fühlen. Halloween ist der perfekte Anlass für sie, sich etwas Selbstfürsorge und Selbstdarstellung zu gönnen. Dies ist ihre Gelegenheit, ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche in den Vordergrund zu stellen und alle beziehungsbezogenen Bedenken für einen Moment beiseite zu legen. Geduld ist in dieser Zeit ein zentrales Thema. Selbst wenn sie in leidenschaftliche Debatten oder Meinungsverschiedenheiten verwickelt sind, ist es wichtig, ein ruhiges und gefasstes Auftreten zu bewahren. Unvorsichtige Worte können sorgfältig ausgearbeitete Pläne zunichte machen und es kann leicht zu Missverständnissen kommen. Um diese Phase erfolgreich zu meistern, nehmen sie im Umgang mit anderen eine unparteiische und nicht aggressive Haltung ein. Wenn sie angestaute Aggressionen verspüren, können körperliche Aktivitäten ein hervorragendes Ventil sein. Denken sie jedoch daran, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und auf ihr Wohlbefinden zu achten. Wenn sie über finanzielle Investitionen nachdenken oder neue Projekte in Angriff nehmen, sind die kosmischen Energien günstig aufeinander abgestimmt und der richtige Zeitpunkt ist gekommen, um ihre Pläne voranzutäuben. Freunde, die Ratschläge geben, geben im Allgemeinen ehrliche Einblicke, also nehmen sie ihre Beiträge ernst. Wenn sie schon immer etwas kaufen wollten, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, ihre Entscheidung zu treffen, da sie wahrscheinlich eine kluge Entscheidung treffen, ohne sich von Verkaufstaktiken beeinflussen zu lassen. Der kürzliche Abgang des Mondes aus ihrem Einkommensbereich hat ihnen ein ausgeprägtes Gespür für Finanzen vermittelt. In der Zwischenzeit tritt Venus, der Planet des Geldes, in seine letzten sieben Tage in ihrem Arbeitssektor ein und richtet sich harmonisch auf Uranus aus. Obwohl der jüngste Vollmond für einige finanzielle Spannungen gesorgt hat, hat er auf beiden Seiten des Finanzspektrums positive Entwicklungen ausgelöst. Nutzen sie diese Gelegenheit, um das Beste aus diesen positiven Veränderungen zu machen. Himmel für heute! Sie haben große Freude an den einfachen Freuden des Lebens und haben eine natürliche Neigung zu sozialen Interaktionen. Ihr Glück und ihre Begeisterung sind nicht nur ansteckend, sondern haben auch einen tiefgreifenden Einfluss auf diejenigen, die ihnen am nächsten stehen. Sie wiederum reagieren mit großer Begeisterung auf ihre positive Einstellung. Wenn Sie derzeit Single sind, fühlen Sie sich möglicherweise stark zu einem potenziellen zukünftigen Partner hingezogen oder Sie strahlen einen fesselnden Charme aus, der bei jemandem, der etwas Besonderes ist, Begierden weckt. Möglicherweise waren Sie in letzter Zeit in mehr Konflikte als sonst verwickelt. Wenn Sie egoistisch gehandelt haben, ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass dieses Verhalten Menschen abschrecken kann, was zu einem abrupten Abbruch von Gesprächen oder Kontakten führen kann. Es ist ratsam, unnötige Streitigkeiten zu vermeiden und sich stärker auf die Bedürfnisse anderer einzulassen. Selbst in Situationen, in denen jemand vielleicht nicht ganz ehrlich ist, ist eine positive und einfühlsame Reaktion die kluge Vorgehensweise. Ihre Sympathie ist gerade auf dem Höhepunkt und es ist ein ausgezeichneter Zeitpunkt, ihre Beziehungen zu Menschen zu stärken. Planen Sie Ihre Freizeitaktivitäten mit der Familie und engen Freunden und betonen Sie, wie wichtig es ist, diese Pläne gemeinsam zu schmieden. Auch das Wiedersehen mit alten Freunden ist in Sicht. Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um Ihre langjährigen Bindungen wiederzubeleben und zu festigen, damit Sie leichter neue Kontakte knüpfen und möglicherweise sogar lebenslange Freundschaften schließen können. Da der Mond Ihren Finanzsektor schmückt, sind Ihr finanzieller Instinkt und Ihre Kreativität auf Hochtouren. Dieser Einfluss des Mondes stellt sicher, dass Sie sich emotional und intuitiv mit Ihren finanziellen Angelegenheiten befassen. Obwohl dieser monatliche Besuch routinemäßig erscheinen mag, ist er von Bedeutung, da er das letzte Mal in diesem Jahr ist, dass der Fokus ausschließlich auf dem Geld liegt, das Sie bereits besitzen. Die weltweite Aktivität auf der Einkommensseite Ihrer Finanzen wird nächste Woche beginnen und neue Entwicklungen und Möglichkeiten mit sich bringen. Amen.